Willkommen zurück zu Black Mirror 2. Es geht weiter, Freunde. Wir stehen hier vor der Familienkruft der Gordons, zumindest der Gordons aus Wales, deren Anwesen absolut verlassen und heruntergekommen ist. Und wir wissen es absolut, dass Angelina vor bereits vier Wochen, bevor all das überhaupt angefangen hat mit Darren und seiner Geschichte, war sie hier und hat Blut geholt. Ganz bestimmt nicht, weil sie eine Vampirin ist, so wie der kleine Junge das meint, sondern weil sie wahrscheinlich irgendwie in diesem Kult da zusammenhängt. Wie genau, das wissen wir noch nicht, aber wir werden es bald erfahren, denke ich mal. Jetzt heißt es aber für uns, ab in die Kruft. Ich habe hier noch diesen Flaschenzug gefunden. Der Flaschenzug wird mit dem Haken oben irgendwo aufgehängt. Der Haken unten zieht sich dann langsam ins Gehäuse, wenn man an den dünnen Ketten zieht. Ein einfaches Prinzip. Alles, was man braucht, ist eine Befestigungsmöglichkeit und man muss es schaffen, das Gewicht sicher an den unteren Haken zu binden. Genau. Ich habe ja eigentlich gedacht, dass wir damit das da rausbringen, diesen Haken. Aber das ist vielleicht nur das eine Stück, das da fehlt. Da geht halt nichts. Ähm, aber was, äh, was ist... Wo hänge ich es dann noch dran, ne? Das ist die Frage. Ansonsten müsste ich... Warte mal, was haben wir hier? Ne, das ist nur das Gartenhaus. Äh, der Morast. Ne, das macht alles keinen Sinn. Wenn da jetzt irgendwie sowas halt drinstecken wird oder so, dann... Und die Bäume, ja, das ist alles. An die Bäume wollte er jetzt nämlich auch nicht machen und deswegen weiß ich nicht so wirklich, äh... Nö, hier kann ich nichts damit anstellen. Ist ein bisschen enttäuscht, aber okay. Gut, dann würde ich sagen, ab in die Kruft. Oh, hier ist der Boden überall extrem weich. Ich glaube, das ist alles Sumpfgebiet. Sobald es regnet, kann man hier bestimmt keinen Fuß mehr vor den anderen setzen. Dieses Gebäude ist wohl das Einzige, das noch betreten werden kann. Ja, und da war doch so ein geheimer Mechanismus. Wir erinnern uns an den ersten Teil, ja? Gucken wir uns mal in den... Der Kleine von Helsing meinte, Angelina hätte sich lange hier am Grabmal herumgetrieben. Und hier liegt der Deckel nicht bündig auf dem Sarkophag. Na? Hier sind kleine Steinsplitter an der Kante abgeplatzt. Sieht noch nicht sehr alt aus. Angelina hat den Sarkophag geöffnet, so viel ist klar. Aber warum? Wenn wir ihn öffnen, werden wir es vielleicht erfahren. Aber ich gucke mir erst die Tragegurte an. Da liegen zwei Gurte. Tragegurte, wie es scheint. Sie sehen neu aus. Mit ne... Okay. Die Gurte sind aus einem reißfesten Gewebe. Die halten einiges aus. Schön, freut mich. Unter solchen Sarkophagen findet man in Gruselgeschichten immer Geheingänge, die in noch geheimere unterirdische Räume führen. In der Realität kann ich das aber ausschließen, denke ich. Da leben wahrscheinlich nur widerliche Käfer und leichenfressende Marben. Ich würde erst mal gar nichts ausschließen, aber ich erinnere mich auch, dass es mit den Statuen zu tun hatte und nicht direkt mit dem Sarkophag, meine ich. Aber gut, wir können uns die Statuen ja auch diesmal wieder angucken. Eigentlich ein wildromantischer Ort. Nur der stinkende Sumpf draußen ruiniert die Atmosphäre. Eigentlich ein wildromantischer Ort. Die Decke ist teilweise eingestürzt. Das scheint aber auch schon ein paar Jahre her zu sein. Okay. Sonst noch was, was weniger wichtig aussieht? Wohl nicht. Okay. Ich gucke mir den Sarkophag nochmal genauer an. Ich weiß nicht, warum Angelina den Deckel vom Sarkophag gehoben hat, aber sie hat es getan. Da bin ich mir sicher. Die Frage ist, wie kann ich das machen? Der Deckel muss etliche hundert Kilo wiegen. Angelina hatte bestimmt im Gegensatz zu mir die passende Ausrüstung dabei. Ich weiß nicht, die Frage ist... Oder das clevere Köpfchen. Das hat bestimmt mit den Statuen zu tun. Diese Steinstatue ist mit Moos bewachsen, wie die anderen auch. Sie trägt einen Schild aus Metall. Ungewöhnlich. Ja. Okay. Eine Steinfigur, die eine Waagschale hält. Die Schale ist leer. Diesmal scheinlich an den Statuen nichts machen zu können. Hier noch? Der Schild wurde seit Jahren nicht bewegt. Falscher Alarm. Achso. Okay. Jetzt geht hier nichts mehr, jetzt geht da nichts mehr. Noch die? Könnte Poseidon sein. Zumindest hält die Statue einen Dreizack in der Hand. So. Das war's zum Thema Statuen. Die kann ich nicht mehr anklicken. Den Sarkophag hingegen schon. Habe ich noch etwas hier? Warte mal. Geh mal aus dem Sichtblick hier bitte. Ne, da ist nichts mehr. Und wenn ich hier drücke, sehe ich nichts außer... Die morose Decke, das Loch und den Sarkophag. Okay. Also, wir haben ja jetzt diese Tragegurte. Zwei reißfeste Tragegurte. Ähm. Kann ich den Flaschenzug da irgendwie dran machen? Mit einem Flaschenzug allein bekomme ich den Deckel nicht auf. Ja, ja, klar. Das wäre ja auch nur die erste Idee. Ähm. Na, passt das? Ich lege den einen Gurt um die hintere rechte Ecke und den anderen um die vordere linke. Die Gurte sind gerade lang genug, um sich in der Mitte zu berühren. Das ist doch nett, dass mir Angelina das hinterlassen hat. Sehr zuvorkommend. Spitzenidee. Ich habe leider meinen Kran vergessen, an dem ich den Flaschenzug aufhängen wollte. Na toll, und jetzt? Die Gurte könnten den Deckel bestimmt tragen. Und ich habe sie so angebracht, dass der Deckel nicht kippen kann. Mhm. Ja, den Flaschenzug muss ich irgendwo noch befestigen, ha? Aber wo? Hier ist ja nichts. Draußen wollte er nicht. Ich habe noch den kaputten Gartenschlauch. Seilstücke. Hm. Ne, das will er nicht. Wollen wir da oben irgendwas? Loch? Da! Ein guter Plan. Leider hat die Sache keinen Haken. Ja, klar. Ähm. Ja, es gibt nur einen Haken. Der ist draußen. Vielleicht jetzt. Vielleicht hat er jetzt Bock. Aber der Haken, der hält doch nicht. Ich würde das nicht halten. Ne, da ist immer noch, äh, grau. Und da drüben, das macht er bestimmt nicht. Es gibt doch... Ja gut, wenn ich diesen Haken... Ich muss diesen Haken erst rauskriegen. Und dann muss ich den... Ne, macht er nicht. Okay. Ich muss den rauskriegen und dann kann ich ihn, äh, für meine Zwecke da hinten benutzen. Wie kriege ich den denn jetzt raus, Menno? Ich muss doch eigentlich alles haben, was ich dafür brauche, oder? Mit bloßen Händen kriegt er es nicht raus. Mit der ollen Metallstange will er es nicht machen. Warum auch immer. Seilstücke. Kein Sinn. Gartenschlauch ebenso wenig. Mir fehlt offenbar noch etwas. Ah. Mal ins Tagebuch gucken. Wir brauchen es ja relativ selten. Aber jetzt bin ich gerade ein bisschen... ...verwirrt. So, irgendwie werde ich aus diesem verfluchten... Ne, das ist alt. Das hat er noch nicht durchgestrichen. Eieiei, haben wir schon ein Stück geschafft hier. So. Ich vermute, dass Angelina durch den Geheimgang ins Labor gekommen ist. Und dieser Geheimgang beginnt im Sarkophag. Nur wie bekomme ich ohne Ausrüstung den Deckel runter? Ich kann hier noch nicht weg. Erst muss ich herausfinden, was Angelina hier wollte. Scheiß auf Tom. Was wird hier gespielt? Was hat Angelina in der Ruine gemacht? Gleich ein Ton gespielt. Das ist alt. Alles andere ist alt. Mist. Er hat nichts weiter darüber gesprochen. Ich gucke mir jetzt halt nochmal diesen Haken an. Wie kriege ich dich? Da brauche ich mich gar nicht anstrengen. Der sitzt fest. Ja, der sitzt fest. Na und? Mach doch dein Ding da ran, Mensch. Vitrinschlüssel. Ach, Einbrecherwerkzeug. Mensch, das muss doch irgendwie gehen. Krieg das Teil daraus. Ich brauche das. Nein. Okay, ich habe nichts Passendes. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Und warum kann ich mir diese Bäume hier angucken? Das verwirrt mich auch. Als ob ich was mit denen machen könnte. Die Bäume haben erst ziemlich weit oben die ersten Äste. Aber sie sind trotzdem deutlich zu dick, um sie abzubrechen. Zu dick, um sie abzubrechen. Voll. Das weiß es. Tja, das liegt hier jetzt nicht so einfach diesmal. Ich weiß doch nicht, wo ich was vergessen habe. Ich mache doch immer meine Hotspot hier. Meinen Test mache ich doch immer so brav. Da irgendwas reinschmeißen, den Moras, warum auch immer. Falls Spaß macht, weil du es kannst. Nö. Ja. Problem. Mal miteinander verbinden irgendwas hier, was ich noch nicht gemacht habe. Ich glaube, Stange mit... Nee, das macht alles keinen Sinn. Okay, keine Chance. Nochmal rein da. Ich habe ja erst am Anfang gedacht, wir machen mit der Stange einfach den Sarkophag auf. Aber wenn er schon meint, es ist viel zu schwer, dann können wir das natürlich uns auch schenken. Ja. Kragegurte. Die Gurte könnten den Deckel bestimmt tragen. Und ich habe sie so ange... Ja, könnten. Wenn ich jetzt noch das passende Werkzeug dafür hätte. Spitzenidee. Ich habe leider meinen Kran vergessen. Ist ja gut. Aber interessant ist, aber bei dem Loch... Nee, bei der maroden Decke... Selbst wenn ich den Haken hätte, dann könnte ich das doch gar nicht anbringen. Da nehme ich... Kannst halt auch sonst nirgendwo befestigen. Keine Chance. Dann bringt er nur den Einspruch. Ein guter Plan. Leider hat die Sache keinen Haken. Ja. Sonst ist man froh, wenn die Sache keinen Haken hat. Aber in dem Fall ist das gerade sehr hinderlich. Nee, keine Ahnung. Irgendwas fehlt. Anders kann ich mir dort nicht erklären. Ähm. Wir müssen uns nochmal ganz genau hier umgucken. Hier ist ja halt nichts mehr. Sieht man ja. Also nochmal zurück. Vielleicht nochmal ins Haus. Irgendwas muss fehlen. Ähm. Die Bäume. Ja, hier ist halt nicht mehr. Ich gehe zurück. Vielleicht war ich auch noch nicht überall. Ging es nur in die Richtung? Ich glaube schon, aber... Gartenhaus. Warte mal, kann ich da... ...was anbringen? Nee. Wir haben nichts unversucht lassen. Hm. Hier nochmal schauen. Da ist gar nichts. Nichts mehr, was ich mir angucken kann. Der Wasserhahn. Bei dem noch Wasser fließt, aber ich ein total zerstörter Schlauch habe. Und den kann ich nicht flicken und sonst was. Und Wasser bringt mir gerade eh nichts. Ah. Die machen es einem nicht einfach diesmal. Okay. Zurück. Jetzt sind wir mal wieder hier. Aber geht es hier noch weiter? Zum Garten. Der Junge. Der komische Rengungen macht. Da ist ja noch... Oh, ein Flock. Den habe ich übersehen. Ein etwa 30 Zentimeter langer, angespitzter... Ja, den nehme ich doch mal. Sorry, ich wollte ihn eigentlich nicht unterbrechen. Ich glaube kaum, dass es hier Vampire gibt. Nimmst du ihn trotzdem? Nö. Da liegt noch ein Beil. Sag mal, lag das Zeug das letzte Mal auch schon da? Kann ich doch nicht alles übersehen haben. Das Beil des kleinen Kerls hat seine besten Tage schon hinter sich. Ach, das hat er dann hin... Ach, jetzt verstehe ich. Wisst ihr... Wisst ihr noch, wir haben ihm das Spielzeugauto gegeben. Und damit spielt er gerade, behandelt es wie ein Flugzeug, aber egal. Und dann hat er sein Werkzeug hingelegt. Deswegen sehe ich das auch erst jetzt, weil ich da schon komplett fertig war, als ich ihm das Spielzeugauto gegeben habe. Ah, jetzt macht es Sinn. Kann ich mir eben dein Beil ausleihen? Na klar. Also war das nicht nur eine nette Geste, die wir machen konnten. Das mussten wir tun. Okay, den Pflock will er aber nicht, ja? Liegt da jetzt sonst noch etwas rum? Nö, gut. Okay. Mit dem Beil im Gepäck gucken wir doch nochmal, was möglich ist. Damit könnten wir... Tja, theoretisch die Bäume fällen. Weil wir eh nichts Besseres zu tun haben. Mal gucken. So, aber das ist wenigstens jetzt wieder ein Ansatz, den wir haben. Aber dann gehen wir da rüber. So, guck mal. Du hast jetzt einen Beil. Die Bäume ist alt und ziemlich verrostet, aber es scheint noch halbwegs gebrauchstüchtig zu sein. Okay. Dann tu, was du nicht lassen kannst. Dürfte länger dauern, als es müsste. Die Axt ist recht stumpf. Schön, Wucht dahinter. Ich habe die Bäume gefällt und die Stämme auf gut anderthalb Meter gestutzt. Toll. Die Baumstämme sind armdick und ziemlich lang. Okay. Können wir das jetzt irgendwie miteinander verbinden? Irgendwas? Irgendwie? Ah. Wie war das noch? Irgendwie konnte man aus drei Hölzern einen Dreibaum binden. So. Und so. Ja, genau. Und jetzt? Ein Dreibaum. Muss nur noch aufgestellt werden. Okay. Cool. Ich platziere ihn so gut es geht über dem Sarkophag. Mensch, das ist ein schlauer Fuchs. Aha. Okay. Ist schon mal Anfang. Ich habe aber immer noch keinen Haken. Egal. Jetzt gucken wir erst mal, was möglich ist. Ich hänge den Flaschenzug am Seil ein. Ich versuche, so viel vom Seil zu erwischen, wie es nur geht. Mhm. Das sieht doch gut aus. Ja, ich bin erstaunt, was du da so zusammenbastelst. So, was fehlt jetzt noch? Sarkophag kann ich mir noch angucken. Reicht gerade so von der Länge her. Ja, schön. Ah, hier kann ich mal. Ganz vorsichtig. Ich hoffe, das hält. Wunderbar. Was ist jetzt mit dem Haken, der da draußen ist? Wer weiß. Egal. Wir haben es tatsächlich geöffnet. Durch den brillanten Geist des Daren. Ja, dann hinein. Was haben wir hier? Stufen, die hinabführen. Mhm. Ja, kannst du mal sehen. Der Spalt ist groß genug, um sich hindurch zu quetschen. Ich hoffe nur, dass meine Konstruktion nicht zusammenbricht, sobald ich drin bin. Schwarzmaler. Schwarzmaler. Hoffen wir es mal. So, weil dann auch diesen Ort kennen wir. Ach ja, genau. Der Durchgang zum Labor. Stimmt. Okay. Stimmt ja, ist noch viel interessanter. Okay. Uh. Wo bin ich denn hier gelandet? Wow. Sieht aus wie das Innere eines Turms. Und hier ist eine Art Krater im Boden. Scheint so, als wäre hier etwas explodiert. Mhm. Offensichtlich. Der Tresor hat die Explosion unbeschadet überstanden, würde ich sagen. Diese Brandspuren dürften vom Schweißgerät stammen. Aha. Der Junge meinte, Angelina sah recht zufrieden aus. Irgendwie muss sie den Tresor doch geöffnet haben. Was haben wir hier? Ein Kombinationsschloss. Aber nicht mit Zahlen, sondern mit Buchstaben. Oh, interessant. Haben wir da alle Buchstaben? A, S, B, R, C, U, D. Ja, wir haben einige Buchstaben. Ähm, wahrscheinlich müssen wir da ein Wort eingeben. Bestehend aus fünf Buchstaben. Da fällt mir jetzt nichts persönlich ein. Also lassen wir es erstmal, bis wir einen Hinweis bekommen. Ähm, darf ich hier nochmal raus? Vielleicht hier irgendwie? Ich hab doch noch gar keinen Hinweis. Hallo. Ähm, Spiel. Danke. Tja, ich kann hier nur raten. Vielleicht finden wir einen Hinweis. Mal schauen. Und ja, was, wenn da wirklich Richard dabei war bei dieser Explosion, dann ist er wahrscheinlich wirklich dabei draufgegangen. Kann ich mir gut vorstellen. Nein, ich wollte nicht zurück. Nein, nein, nein. Ich wollte, ich dachte, du guckst nur. Ups. Gleich nochmal runter hier. Komm. Also, also, nochmal genau schauen hier. Genau, staub dich ab und dann geht's los. So. So. Mal schauen. Hier ist ein Schweißgerät. Holla! Ein Schweißbrenner! Angelina hat schweres Geschütz aufgefahren. Scheint aber nichts genützt zu haben. Der Tresor wurde nicht aufgeschweißt. Ja. Vielleicht hat sie die Kombination herausgefunden. Ein Poster. Das Plakat hat die Explosion relativ unbeschadet überstanden. Vermutlich wurde es von der Druckwelle frontal erwischt und gegen die Wand gedrückt. Hm. Hier gibt es eine Tabelle, die die Häufigkeit von Blutgruppen zeigt. Das scheint ja wichtig zu werden. A, B, B, A und Null. Null negativ. Ja, das ist toll. Und nun? Ich glaube nicht, dass ich da A, B so und so eingebe. Aber das zeigen die mir doch nicht umsonst. Also, wir haben hier A, positiv, B, negativ sind die häufigsten Gruppen. Dann haben wir B und dann haben wir eben A und Null. Null negativ. Und. Warte mal, die Tabellen. Ja, die sind in anderen Farben. Keine Ahnung. Hm. Tja. Angelina kam mit Blut raus. Vielleicht ist sie ja nur krank und braucht eine seltene Blutgruppe und weiß, dass da Null negativ rumlag. Nein, das ist natürlich Quatsch. Okay, ich habe keine Ahnung, wie mir das helfen soll. Wir gucken uns mal weiter um. Überall liegt Papier herum. Das meiste völlig aufgeweicht vom Regen. Und du nimmst es mit. Hier ist eine Mappe. Sie ist nur an einer Ecke nass. Okay, immerhin. Gucken wir uns gleich an. Ich möchte mich hier aber noch weiter umschauen. Erstmal. Ob der Riss von der Explosion stammt oder ob er später dazu kam, weiß ich nicht. Sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Die Logik sagt mir, dass der Turm seit Jahren hier so steht und die Chance sehr gering ist, dass er ausgerechnet einstürzt, wenn ich hier drin bin. Aber mein Gefühl sagt mir, dass ich nicht länger hier bleiben sollte als unbedingt nötig. Ja. Da gebe ich dir absolut recht. Wir müssen auch bedenken, dass Tom irgendwann zurückkommt. Ich meine, du hast in der Zwischenzeit dich mit Jungen unterhalten, ewig in der Pampa rumgelatscht, hast Bäume gefallen. Ich weiß ja nicht, wo Tom einkaufen geht, aber du hast bis jetzt echt Glück. Ketten, schmiedeeiserne Ringe, grob behaune Steine. Nicht gerade das, was man ein modernes Labor nennen würde. Eher wie aus einem Frankenstein-Film. Ja, das passt auch irgendwie zu diesem Richard. Oder passte, besser gesagt. Frankensteinslabor. So sah das irgendwie aus. Die Explosion muss recht heftig gewesen sein, aber anscheinend hat es nicht gebrannt. Die Trümmer sind alle unverkohlt. Eine Explosion, die solche Schäden anrichtet, in einem geschlossenen Raum. Sir Richard hatte keine Chance. Der Ärmste. Ich habe ihn irgendwie gemocht. Aber na gut. Er konnte es auch nicht sein lassen. Mit den ganzen Experimenten. Funktioniert tadellos. Aber beim Tresor wird er mir nicht weiterhelfen. Interessant, dass der noch geht. Haben wir irgendwas, was wir aufschweißen wollen oder so? Nö, eigentlich nicht. Okay, der funktioniert. Das ist gut zu wissen. Ähm... Ich glaube, das war's. Kann ich hier weiter durch? Nö, da komme ich nicht durch. Nach wenigen Metern ist der Gang eingestürzt. Ach so. Okay. Gut. So, dann nochmal mit meinem zweiten Auge drüber schauen. Oder mit meinem dritten, besser gesagt. Hier liegt noch was. Ein Rohr. Ein Stück Plastikrohr. Ich stecke es ein. Ja, ja, ja. Mach mal. Plastikrohr. Ziemlich leicht. Die Wände des Rohrs sind dünn. Vielleicht gehört es zu einem Belüftungssystem oder so etwas in der Art. Toll. Und jetzt hast du's dabei. Ein dünnwandiges Plastikrohr. Keine 30 Zentimeter lang. Keine 30 Zentimeter lang. Sag mal, können wir damit irgendwie den kaputten Gartenschlauch... Das würde nichts bringen. Der Riss im Schlauch ist gut einen Meter lang. Das Rohr nicht mal einen halben. So kann ich den Schlauch nicht flicken. Ja, okay, okay, okay. Brauche ich halt noch ein kleines Rohr, aber da liegt keins mehr. Wie blöd. Okay. Ich habe keine Ahnung, was er mit dem Rohr jetzt will. Der Riss im Schlauch ist komisch. Okay, schauen wir uns die Mappe an. Zeitungsausschnitte. Hm. Von 1981. Zwölf Jahre her. William Gordon, tödlich verunglückt. Willow Creek. William Gordon stürzte am Dienstag aus bisher ungeklärter Ursache aus seinem Arbeitszimmer im Turm des bla 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 bla. William Gordon. Selbstmord. Wie die Polizei heute mitteilte, handelte es sich beim Sturz des Hausherren des Schlosses Black Mirror in der Nähe des Ortes Willow Creek aller Wahrscheinlichkeit nach um Selbstmord. Hier ist ein anderer Artikel. Eine Woche später. Grausige Mordserie in Willow Creek. Bla 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 bla. Jüngstes Opfer der Blutserie. Der erst zwölfjährige Vic Valley. Nach Angaben der Polizei wurde seine Leiche bei einem Steinkreis im Wald entdeckt. Der Zustand der Leiche lässt einen rituell begründeten Mord vermuten. Noch zwei Wochen später. Hauptverdächtiger in den Willow Creek Morden identifiziert. Wie Scotland Yard mitteilt, wurden an drei der Tatorte Spuren sichergestellt, die eine Verwicklung von Samuel Gordon, dem Enkel des letzten Monats umgekommenen William Gordon, nahelegen. Samuel Gordon wurde vor zwei Wochen tot am Fuße eines Turms von Black Mirror Castle aufgefunden. Eben jenes Turmes, von dem sich zuvor sein Großvater... Bla 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 bla. Hm. Berichte über die Mordserie in Willow Creek von vor zwölf Jahren. Kein Wunder, dass Sir Richard sich dafür interessierte. William war sein Bruder. Okay, das war jetzt alles sehr nett, aber nichts Neues. Und schon gar nicht hilft es mir weiter bei dem Dressor. William, Richard, Vic, die Morde, das kleine Rohr. Nein, schon gut. Ach man, was soll... Was ist mit den Blutgruppen auf sich? Nochmal angucken. Zeitungsartikel über die Mordserie des Samuel Gordon. Es muss damals das Thema gewesen sein. Grausame Ritualmorde, Gewalt, mystischer Schnickschlag. Ein gefundenes Fressen für die Presse. Ja, aber kein gefundener Hinweis für mich. Schweißgerät. Solange ich nicht weiß, wozu, zünde ich hier gar nichts an. Denk doch mal nach. Äh, nee. Ich muss nachdenken. Ähm, jetzt sind wir so weit gekommen. Jetzt lass es nicht enden. Hier drinnen. Das Proster. Und der blöde Dressor. Ich kann schon rumtippen. Teil des Gedichts wird... Nee, das wird mir auch nichts bringen. Ich kann doch jetzt nicht anfangen, blind zu raten. Samuel hat sechs Buchstaben. Richard hat so viele. Eleanor wird er auch nicht genommen haben. Irgendwas... William auch nicht. Look, Mirror... Das ist Quatsch. Das wird er nicht... Ähm, Willow Creek... Macht doch alles keinen Sinn. Warum sollte das... Das Passwort des Tresors sein? Ich gucke mir das noch mal an. Blutgruppen. Irgendwo noch ein Hinweis. Nee. Ah, ah. Ich kann da unmöglich durchranen. Ah, sssss. Nee. Ich wüsste nicht, was ich da jetzt eingeben soll. A, B, A, B. Nein, Null. Hm. Moment. Wir probieren es mal. Seltsam. Wie stand's... Ah, kann ich nochmal zurück? Ja, A. Das macht doch keinen Sinn. Gibt's überhaupt ein B? Es gibt ja doch A, B. Am Schluss war eine Null. Dann kam nochmal... Mama. Wie war das nochmal? Ah. Das ist doch Quatsch. Das wird niemals das Passwort sein. Tja. Das Rad nicht weiß. Mal mal hier schauen. Hier gibt es eine Tabelle. Die Häufigkeit. A, B... B, A, Null. Ach komm, ich probiere es jetzt halt nochmal. A, B. B, A, Null. Das wäre zwar seltsam, aber... Ich meine, warum sollte man das tun? Aber das ist der einzige Hinweis, den ich hab. A, B... B... Tatsächlich, ey. Wie verrückt. Oh, Mann. Okay. Hm. Eine Metallhalterung mit mehreren Blutkonserven. Davon sprach auch der Junge. Auf jeder Konserve steht eine Zahl. Und an der Rückseite des Tresors klebt eine Liste mit Namen. Mal sehen. Die Nummern 1 und 5 fehlen. Das sind... Richard Gordon und William Gordon. Das Blut der Gordons. Was... Was... Was will Angelina damit? Braucht sie es selber für irgendwas? Oder will sie verhindern, dass es andere in die Finger bekommen? So oder so. Ich kann ihr nicht mehr vertrauen. Sie steckt in der Sache drin und sie hat mich angelogen. Ich sollte zurück nach Willow Creek fahren. Vielleicht ist sie da inzwischen aufgetaucht. Und dann... Dann sehen wir weiter. Sehr gut. Ich bin ja ehrlich gesagt froh, dass Davon da jetzt nicht so die rosa Wolke vom Kopf hat. Und das auch ein bisschen checkt, dass er ihr nicht vertrauen kann. Da bin ich echt froh drum. Gut, wenn man jetzt in Betracht zieht, dass das halt wirklich nur so ein Blutsafe ist, dann ist das mit dem Blutkump vielleicht auch so ein einfaches, wenn auch seltsames Passwort. Wir lassen das Zeug natürlich drin, ne? Müssen wir mal gucken. Mehr als die Blutkonserven ist da nicht drin. Und ich weiß, was ich wissen musste. Angelina war hinter dem Blut der Gordenseer. Die Frage ist, wieso? Und was ich damit zu tun habe? Oh ja, das ist wirklich die Frage. Endlich hat er es so richtig auf dem Schirm. Ein bisschen seltsam ist das schon. Ich habe komisches Zeug gefunden. Ein Schweißgerät, das ich nicht brauche. Draußen ist ein Haken, den ich nicht brauche. Aber alles wurscht. Wir können jetzt Wales tatsächlich verlassen. Und zurück nach Willow Creek reisen. Aber gut, vielleicht kommen wir hier nochmal her. Boah, warst du in der Gruft? Gibt es da Särge? Ja, aber keine Vampire. Schade. Was ist denn? Ein Auto. Der andere Mann ist zurück. Der andere Entführer? Aha. Danke für die Warnung. Lauf nach Hause und sag deinen Eltern, sie sollen die Polizei rufen. Ja? Cool. Kinder. Ich muss vorsichtig sein. Tom wird nicht begeistert darüber sein, dass ich verschwunden bin. Okay. Das heißt, wir müssen hier jetzt erstmal irgendwie rauskommen. Das kann ja noch spannend werden. Ich hoffe, der greift mich nicht an oder so. Aber er weiß ja erstmal gar nicht, wo ich bin. Das kleine Rohr. Das wird mir mit dem Haken auch nicht weiterhelfen, ne? Mit der Achs vielleicht mal draufdeppern? Ja. Ich versuche mit dem Beil den Haken zu lösen. Ich muss vorsichtig sein. Da macht das so ein Lärm. Na super, jetzt habe ich den Haken. Das hat erstaunlich gut geklappt. Jetzt habe ich ein stabiler Metallhaken. Jetzt. Wo ich eigentlich hier fertig bin. Hm. Ja. Ja, ich weiß gerade, warum sollte ich? Äh. Äh. Ja, cool, ne? Was ich nicht alles kann und habe. So, wir gehen trotzdem. Das heißt, nein, wir gehen nicht. Der Part ist schon wieder zu Ende. Es tut mir leid. Aber, ach, es ist gerade selbst so spannend. Ich will am liebsten gleich hier weitermachen. Aber na gut. Werden wir hier erfolgreich fliehen können? Oder haben wir doch noch irgendwas zu tun, weil wir hier so viele Einzelteile haben und es irgendwie unfertig wirkt? Naja, das alles noch viel mehr das nächste Mal. Wenn es hier wieder heißt, let's play Black Mirror 2. Bis dann.